So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Und es wird euch vielleicht überraschen, aber ich habe einen Pokémon Go Account verkauft. Es ist ja glaube ich sogar verboten, dass man Accounts verkauft oder irgendwas, aber so viele Leute handeln mit den Sachen und bieten da irgendwas an. Bei Ebay Kleinanzeigen, bei Ebay direkt unter der Hand. Jeder fragt immer rum, hey, hat jemand einen Account, den er mir verkaufen könnte? Weiß ich gar nicht, wieso das jetzt so schlimm ist, bevor man gar nicht mehr spielt, dass man seinen Account jemand anderes verkauft sozusagen. Derjenige aber weiterspielt und damit trotzdem wieder Umsatz generiert für eine Yente. Warum ist das verboten? Besser, wenn der andere einen neuen Account macht und nach einer Woche hat er keinen Bock mehr und das war's. Hat er doch vielleicht mehr Anreiz, wenn er einen Account kriegt, womit er schon was anfangen kann und schon ein kleiner Start da ist. Also, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ich möchte euch jetzt mal den Account zeigen, den ich verkauft habe. Und euch dann am Ende auch sagen, für wie viel ich den verkauft habe. Ihr könnt zwischendurch immer aber raten, was ihr denkt, wie viel der Account wert ist oder für wie viel ihr den verkauft hättet an meiner Stelle. Und warum ich überhaupt einen verkauft habe. Ich habe ja normalerweise immer sechs gelbe Accounts gehabt. Ich habe sechs blaue Accounts gehabt. Ich habe sechs rote Accounts gehabt. Es hat angefangen mit einem gelben Hauptaccount und einem zweiten gelben Account. Dann hat jemand aufgehört. Ich habe den übernommen. Dann hat ein anderer aufgehört. Der war dann blau. Den habe ich übernommen. Dann habe ich aus Spaß immer mal ein paar kleine Accounts rangezüchtet. Gerade wenn in Raids bestimmte Pokémon sind, die wie Klick oder Praktibalk, die im Einer Raid waren oder Scheinux, die musste man raiden im Einer Raid. Ich hatte keinen Bock auf dem Hauptaccount ständig Pässe zu kaufen und für Einer Raids Geld auszugeben. Also habe ich mir kleine Accounts erstellt. Eben halt sechs gelbe, sechs rote, sechs blaue. Und habe die täglichen Pässe immer für diese Einer Raids weggemacht auf der Suche nach den Shinies. Wenn ich die Shinies bekommen habe, habe ich sie mir rübergetauscht auf den Hauptaccount. Und so habe ich das damals gemacht. Ich habe diese Accounts täglich in Arenen gesetzt. Ich habe täglich einen Stop gedreht, einen Pokémon gefangen. Sodass die auch immer ein bisschen gelevelt haben. Und dass ich immer meine täglichen Münzen bekommen habe. Wenn dann mal ein Event ist, wo man auch Eier brüten sollte. Der Main-Account wollte keine Eier brüten und Geld in Brutmaschinen investieren. Also haben die kleinen Accounts mit den Coins aus den Arenen gratis gebrütet. Und dann hat man einen Shiny bekommen mit Kostümen im Event. Und dann hat sich das auch wieder den Main-Account rübergegeben. Also die kleinen Accounts waren alle immer nur dafür da, den Main-Account zu unterstützen. Jetzt habe ich den Main-Account ja nicht mehr. Es gibt keinen Main-Account mehr. Ich habe nur noch den Habanero. Lime. Das soll ein Free-to-Play-Account sein. Bei denen geht es um nichts. Das sammle ich nichts. Alles ist hinfällig. Und dann ist mir aufgefallen, diese ganzen Accounts, die ich habe, die ich jeden Tag in Arenen gesetzt habe, setze ich nicht mehr in Arenen. Wo ich jeden Tag ein Raid gemacht habe, mache ich keinen Raid mehr. Wo ich jeden Tag Interaktionen gemacht habe mit dem Main, in der Hoffnung auf Glücksfreunde, um mir bestimmte Pokémon Lucky rüberzutauschen. Oder bestimmte Legendäre, die ich als Hunderter haben wollte, zu tauschen. Im Glückstausch garantiert. Das war auch immer ein richtig großer Punkt. Mittlerweile, wenn jemand glücklich wird, ich habe absolut keine Ahnung, was ich mir tauschen soll. Denn ich brauche keinen Lucky Decks mehr. Ich brauche keine Legendären mehr an sich. Ich sammle da halt einfach gar nichts mehr. Ich brauche also auch keine Interaktionen mehr machen. Ich brauche nicht mehr kämpfen. Ich brauche keine Raids. Ich brauche keinen Stop drehen. Ich brauche keinen Pokémon fangen. Und so liegen diese Accounts theoretisch still. Die meiste Zeit. Wenn man mal hier ins Tagebuch reinguckt. Das ist das letzte, was gemacht wurde. Gekämpft gegen Habanero Lime. Am 8., am 7., am 6., am 1. Also, ich habe eigentlich nur noch abends für eine Interaktion mal gekämpft. Im Bett, wenn ich Zeit hatte. Aber ich sage es euch, wie es ist. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Jeden Abend da zu liegen und mit 18 Accounts zu kämpfen. Dass die alle interagieren. Nur, um dass sie vielleicht mal glücklich werden. Wenn ich keine Ahnung habe, was ich da tauschen soll und so. Und so habe ich mich jetzt... Einer hat gefragt, ob ich vielleicht einen Account habe. Wer hat seinen Account verloren? Ob ich einen Account habe, den ich ihm geben könnte. Nein, das war nicht der Mikro. Alles klar, alles gut. Und ich habe gesagt, ach komm, ich gucke mal rein. Jetzt hätte ich fast schon gesagt, für wie viel. Ich gucke mal rein. Ich suche dir einen raus. Und wollte jetzt anfangen, die roten Accounts loszuwerden. Der wird verkauft. Oder der ist verkauft, wenn das Video kommt. Und die andere wollte ich vielleicht mal verlosen. Aber verlosen ist auch irgendwie blöd. Vielleicht gibt es ja doch noch Leute, die sagen, oh, ich würde auch einen nehmen. Weil ich will damit auch nichts verdienen. Oder so. Wenn was rumkommt und ich Jonas dann irgendwie mal wieder ein Paket Windeln kaufen kann, reicht mir das schon. Aber was ist das jetzt für ein Account? Dieser Account wurde letztens auch von einem Kollegen noch bespielt, als der seinen Account verloren hatte. Hat der den genommen und damit ein bisschen gespielt. Den noch ein bisschen weitergeführt auch als Ersatz-Account. Aber der liegt jetzt wieder still. Das ist ein roter Account. Level 41. 6,9 Millionen von 7,5 Millionen. So. Hat hier 1900 Kilometer. 7800 gefangene Pokémon. 5500 Pokestops. 32,9 Millionen insgesamt. Ist am 2.9.2017 ins Leben gerufen worden. Der hat 1450 Pokémon Platz. Pokémon Platz ist auch was, was wertvoll ist. Denn wenn ihr einen Account habt mit 300 Plätzen, dann habt ihr immerzu die Box voll. Und ihr könnt nichts machen. Es ist schon schön, wenn man ein bisschen Platz hat und den Platz nutzen kann. Deshalb der Pokémon Platz, der ist wertvoll. Den müsstet ihr euch teuer mit Münzen erkaufen. Item Platz hat er 5800. Das wurde ja alles mal mit Münzen hochgezogen. Da ist einiges draufgegangen. Dann hat er, wenn wir in den Shop gucken, trotzdem immer noch 9.021 Münzen. Das wären in meiner Welt umgerechnet also ca. 90 Euro. Oder nicht? Da sind also 90 Euro an Guthaben drauf, die man verbraten kann für Rates, für Items, für Brutmaschinen. Man kriegt also 90 Euro sozusagen geschenkt. Hat aber schon 5800 Items Platz und 1400 Pokémon Platz. Wir können jetzt mal kurz hier reingucken. Was viele Leute halt auch immer interessiert sind, zum Beispiel Shinies. Was hat er für Shinies? Er hat hier zweimal Glurak drauf, der Chigi drauf, Honly, Jutsubert, Kleinstein, Ponita, Fleckmon mit Mütze im Kostüm, Gengar mit Kostüm, Onyx ist hier drauf, Kikli, Evolia, Aerodactyl, Dratini, Krypto, Mewtwo ist drauf und Krypto, Mewtwo. Dann haben wir Kanimani, Xadu, Voldilam, Snubbull, Magbi, Babys sind auch immer nett. Dann haben wir hier legendäre Raikus, Suikun, Lavitar, Despot, Dar, Celebi, Drobi, Zickzacks, Azuril, Zubiris, Meditalis, Pandir. Zengo, Barschwa, Hängt, Milotic, Zwirlicht, Dreimal Kyokre, Zweimal Graudon, Dreimal Raikwasa, Shelast, Knackra, Kreselia, Admurai, Flecknoil, Praktibalk, Makabaya und Ratydox, Pükraulon, Igamarus, Gobbel, Quaf, Quaf, Filinara, Arctip und Anego. So, also sind ein paar schöne Shinies drauf, die der Besitzer sich entweder auf seinen Hauptaccount auch rüber tauschen könnte, wenn da was fehlt. Aber der hat ja keinen mehr, das heißt, der muss ja eigentlich den bespielen, so wie der halt ist. Wenn wir mal generell jetzt auf vier Sterne gehen, seht ihr ja die hundertprozentigen Pokémon. Welche Hunderter hat der hier noch auf der Hand? Wir haben zum Beispiel ein Bisa-Knosp, was man auch entwickeln könnte, zu einem Bisa-Flor oder Mega-Entwicklung draus machen. Wir haben Rihorn und Rizaros, beides da. Wir haben Karpador und Garados, was man auch hochziehen kann auf 50, Mega-Garados draus machen. Hunderter Pichu. Pupita, 100%, wird zum Despot da, auch starkes Pokémon. Samurzel, das ist halt wieder der Stinker, aber 100% Kyokre. Und der ist auch schon auf Level 40. Das ist cool, kann auch die Prodomorphose dann durchführen irgendwann. Also kann er schon, aber ihr könnt es gerade nicht, aber es ist ja dann Raid-Day gewesen. Aber naja, bis dahin hat der Kollege seinen Account schon. Und ist auf jeden Fall ein cooles, starkes, nützliches Pokémon. Und dann habt ihr hier 100% Rai Quasa drin, als Glücks mit 3,8. Und noch ein zweites 100%iges Rai Quasa, kann man was mit anfangen. Heatran ist am Start, auch als 100%iges. Dann haben wir noch Flampion. Wir haben Lichtl, wir haben Milza, wir haben Capuno, wir haben Viscora. Das sind doch auch eigentlich coole, sinnvolle, nützliche Pokémon. Es gibt natürlich noch mehr krasse, starke, geniale Viecher, aber die sind doch auch irgendwie nett. Was kann man noch zeigen? Ich glaube hier XXL oder so. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber da haben wir Pikachu, Fleckmon, Voldilam, Velino, Celebi, Irbis, ein paar drin. Wir haben Olini, und wenn wir XXS eingeben, haben wir Dicta und Admurai. Ansonsten, was ist denn das älteste Pokémon, was wir haben? Zuletzt gefangen. Ich habe die Accounts auch genutzt, um auf dem Habanero-Account die Aufgabe zu erfüllen, 50 Glücks-Pokémon zu kriegen. Deswegen habe ich die ältesten Pokémon versucht, auf den Habanero zu tauschen, querbeet, damit er seine 50 Glücks-Pokémon hat. Da ist das hier rumgekommen, zum Beispiel Yorklave, Togepi. Aber, was ist das älteste, was hier noch drauf ist? Wir sehen hier ein Meditalis. Vom 03.05.2018 gefangen in Röhmild. Zack. Die Accounts haben halt immer in Hildburghausen gespielt damals. Die sind auch übernommen worden. Der war auch mal von einem Kollegen, der hat ihn an mir irgendwann gegeben. Dann habe ich ihn an einen anderen Kollegen gegeben, der hat ihn mir wieder zurückgegeben. Und jetzt ist das der erste Account, den ich dann versuche, loszuwerden. Ja, Staub haben wir 3,9 Millionen, also fast 4 Millionen Staub sind da drauf. Und jetzt weiß ich nicht. Wenn ihr ich wärt, was würdet ihr denn für so einen Account verlangen, wenn ihr Geld verdienen wollt? Hat ja noch 90 Euro Münzen drauf. Hat ein paar coole Legendäre, hat ein paar Shinies, hat ein paar Hunder da. Hat die Legendären an sich, haben wir ja noch gar nicht gezeigt. So wirklich. Was ist denn mal auf Legendäre gehen hier? Was hat der alles? Der hat sogar, der hat Krypto Arctos, der hat normale Arctos, der hat Zapdos, der hat Krypto Lavardos. Der hat ein paar Mewtwo da, Krypto Mewtwo. Der hat Rüstungs Mewtwo. Rüstungs Mewtwo. Das ist eigentlich, so was müsstest du eigentlich verlosen. Dann haben wir Raiku. Wir haben Shiny Raiku. Aber das wissen wir ja schon. Wir haben Entei. Wir haben Suikun, haben wir gesagt. Wir haben Krypto Lugia. Ist das vielleicht sogar Apex? Das ist ein normales Krypto. Dann haben wir Ho-Oh. Wir haben Rigi-Rock, Rigi-Eis, Latias, Latios. Wir haben Geogres, ein paar da. Wir haben Graudons, ein paar da. Auch die Shinies, die Rai Quasas, auch die Shinies. Wir haben Selve, Tobuts. Wichtig, die sind ja nicht von uns. Die Yalga. Palkia. Heatran. Regigigas, Giratina, Fliegen und Normal. Kressil, Jakobalium, Terrakium. Viridium, Regiram, Sekrom. Keiurem, Iviltal, Zergarde sogar. Kabukime. Kosmog. Zwei gottverdammte Kosmog sind da drauf. Das sind auch Pokémon, die mega selten sind, die aber tauschen gehen. Wo die Leute sagen, oh, hat noch jemand Kosmog für einen Lucky Trade? Ich würde mir noch gerne einen Lunala oder sogar Leo entwickeln. Also, das sind ja Dinge, die den Account irgendwie aufwehren. Ich finde, das werdet auf. Die Legendären werden auf. Die seltenen Pokémon, die Shinies werden auf. Der Pokémon-Platz werdet auf. Der Item-Platz werdet auf. Die verfügbaren Coins werden auf. Wie viel würdet ihr für sowas ausgeben? Wie viel würdet ihr für sowas verlangen? Mir ist der halt irgendwie ein Donner im Auge. Der liegt eh nur noch rum. Es gibt bestimmt Leute, die hätten da jetzt hier 250 Euro oder so angeprangert. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich habe gesagt, 50 Euro, dann passt das schon. Er liegt ja eh nur bei mir rum. Was will ich da aufs große Geld aus sein? Und manche sagen, war es 50 Euro so teuer? Das ist doch nur ein Account. Aber hey, es sind ja immer noch 90 Euro Verzehrgutschein drauf. Und wer halt gar nicht zahlt und bei Null steht und dann anfangen muss mit einem Level 41er-Account, der so ist, fand ich halt, ist das eine gute Sache. Ich habe den jetzt für 50 Euro verkauft. Ich hoffe, der Käufer ist glücklich damit. Das heißt, ich habe immer noch 5 Rode, die ich auch irgendwie loswerden muss. Falls ich mal wieder einen verkaufe, es ist nicht so, dass ich euch einen Account zeige und sage, der ist zum Verkauf bereit. Ihr könnt jetzt hier bieten im Kommentarbereich. Nee, aber falls einer irgendwann kommt und sagt, er braucht noch einen, würde ich einen anderen Roden da raushauen. Und bevor ich die Daten weggebe, würde ich den wahrscheinlich auch zeigen und euch sagen, dass ich den halt auch verkauft habe jetzt. Ich will nämlich keine Leute anloggen, indem ich was zeige, dass sie mir dann was geben. Aber wenn jemand wirklich unbedingt was braucht, dann kann ich euch dann zeigen, was derjenige bekommen hat. So ungefähr. Ist wahrscheinlich fast dasselbe, egal, ob man so oder so rum das macht, aber ist jetzt auch egal. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Auf dieser Seite im Hintergrund war ich noch nie, habe ich auch nichts mehr zu tun. Aber das habe ich als Hintergrundbild jetzt gefunden im Internet und fand das irgendwie interessant. Das war es von meiner Seite aus. Peace out for Hout. Euer Ramses. Habt ihr schon mal einen Account verkauft? Habt ihr schon mal einen gekauft? Irgendwo her? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.